Das Ding. Live. Laut. Lässig. Zehn Jahre YouTube. Happy Birthday. I am so posting this. Denn genau so funktioniert YouTube. Jeden Tag werden Tausende witzige, kluge, atemberaubende oder einfach nur völlig kranke Videos ins Netz geladen. Und das seit zehn Jahren. Mehr als vier Milliarden Klicks pro Tag. Und jeder kennt mindestens ein Video. Das ist Antoine. Das ist ein Komiker. Hey, pass mal auf! So Piss, ey. Vor allem von Dagi Bee, da sie viele Vlogs hat, was Mädchen sehr interessiert. Hallo, meine Liebe und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In den letzten Wochen waren diese ganzen Fuck-Life-Videos ziemlich viral. Move, bitch. Get out the way, bitch. Get out the way, bitch. Aber was waren die Highlights? Hier gibt's die letzten zehn Jahre YouTube im Schnelldurchlauf. Ein abgefreaktes Baby terrorisiert New York. Das ferngesteuerte Devil Baby ist mit mehr als 50 Millionen Klicks einer der erfolgreichsten Schocker auf YouTube. Noch erfolgreicher war aber ein anderer Prank. Der Mutant-Giant-Spider-Dog. Eigentlich ein süßer Hund, allerdings verkleidet als riesige Monsterspinne. Und riesig ist auch die Klickzahl. Mehr als 130 Millionen. Damit war es das erfolgreichste YouTube-Video 2014. YouTube ist voll von abgefahrenen Aktionen und Typen, die glücklicherweise nicht im Krankenhaus, sondern im Netz gelandet sind. Und genau die gibt's in den unfassbaren People-Are-Awesome-Videos zu sehen. Wenn die Aktionen allerdings nicht so geil laufen, reicht's immer noch für die nächste Fail-Compilation. Von vielen erfolgreichen YouTube-Videos gibt's mittlerweile 10-Stunden-Versionen. Nicht, weil sie so toll sind, sondern weil sie so noch nerviger werden. Eines der bekanntesten von 2011, die Nyan Cat, eine durchgedrehte 8-Bit-Videospiel-Katze. Genauso schön der Epic-Sax-Guy. 10 Stunden Saxophon-Terror. Noch länger ist aber Pharrells 24-Stunden-Video zum Song Happy. Das hat 2013 Geschichte geschrieben. Kurzer geht aber auch. Achtung! Fertig. Aber was ist das erfolgreichste Video, das es jemals auf YouTube gab? Gab's mal von Gotje das eine, die, ich weiß gar nicht, wie's hieß, da wurde auch so ein Paradiso aufgenommen und das hat ja weiß ich, wie viele Millionen Klicks gehabt. Der Gangnam Style, so das ist da durch YouTube auch groß geworden, glaub ich so. Gangnam Style. Gangnam Style vielleicht? Das hat ja irgendwie über, was weiß ich, wie viele Milliarden Klicks gehabt. Der koreanische Rapper Sai hat es mit seinem Musikvideo zu Gangnam Style tatsächlich geschafft, den Klickzähler an seine Grenzen zu bringen. Über zwei Milliarden Klicks. Mittlerweile hat YouTube aber nachgebessert und den Zähler erhöht. Jetzt kann das Video theoretisch bis zu 9 Trillionen, 223 Billiarden, 372 Billionen, 36 Milliarden, 854 Millionen, 775 Tausend und 808 Mal geklickt werden. Mal schauen, wie viele Jahre das dann noch dauert. Das Ding. Radio, Fernseh, Internet.